Da ich privat ein ziemlicher Klugscheißer bin, dachte ich mir, starte ich mal dieses Format und rede euch wahlweise 5 unnütze Fakten vor. Los geht's! Hallöche meine Kumpels, Freunde und Kumpels und herzlich willkommen zu diesem neuen Format tatsächlich hier auf meinem Kanal. Und das, was im Intro steht mit Klugscheißer und so, ist echt wahr und nicht gelogen. Ich bin wirklich so privat. Deswegen denke ich auch, dass dieses Format richtig gut zu mir passt. Ich hab da voll Bock drauf. Außerdem lerne ich sowieso gerne Sachen, die... Also ich interessiere mich für Sachen, für die sich niemand interessiert. Das ist wirklich schon immer so gewesen. Könnt ihr Freunde fragen, die ihr nicht kennt. Ähm, falls sich jetzt jemand denkt, ach du scheiße, billiger geht's gar nicht. Das ist wirklich gut überlegt und passt halt zu mir. Also das ist jetzt nicht irgendwas, wo ich mich auf Krampffass stelle, weil mich das echt interessiert. Und ja, da fangen wir jetzt auch mal direkt an. Fakt 1. Wasserschweine wurden einst von der katholischen Kirche als Fisch eingestuft. Und durften während der Fastenzeit gegessen werden. Ich mein, man kann sich ja alles im Leben schönreden und wenn man keinen Bock mehr auf Fisch hat, der einen sowieso nicht satt macht, dann frisst man halt ein paar Wasserschweine. Aber meiner Meinung nach, naja, ich würde die lieber da rumschwimmen lassen, anstatt die zu essen. Und Religion ist sowieso nicht so mein Ding. Also juckt mich Fastenzeit fast gar nicht. Fakt 2. Der Enkel der Frau, die Hitlers Bunker entworfen hat, hat Saddam Husseins Bunker entworfen. Also scheint der Bunkerbau, beziehungsweise die Bunkerbautechnik in der Familie zu liegen. Bleibt abzuwarten, was in der Zukunft noch alles so für Bunker gebaut werden. Und für wen vor allen Dingen, der, der am meisten zahlt, kriegt den besten Bunker, würde ich sagen. Fakt 3. Yoda und Miss Piggy wurden von ein oder derselben Personen gesprochen und das ist eine Sache, die werde ich mir hier nach dem Video, wenn ich das alles fertig habe, mal anschauen und versuchen, das rauszuhören. Weil irgendwie so richtig glauben kann ich das jetzt nicht, aber irgendwie auch schon und ach, keine Ahnung. Mal gucken. Fakt 4. Der Fakt ist ja wohl mal das allerniedlichste, was ich je gelesen habe. Ein Pinguin ist Brigadegeneral, ehrenhalber der königlichen Garde Norwegens. Sein Name ist Sir Nils Olaf. Also hat der Pinguin quasi schon mehr erreicht, als wir alle zusammen in unserem ganzen Leben, weil er einen ganzen Stab, also seine Armee, als Brigadegeneral anführt und da den Oberboss ist. Mal gucken, wann demnächst die Antarktis oder was auch immer überrannt wird und eingenommen wird von süßen, kleinwatschelnden Pinguinen. Und zum Schluss, Fakt 5. Und das ist auch wieder richtig süß. Ach, Tiere sind eh das beste. Otter haben häufig einen Lieblingsstein. Sie verwahren ihnen einen kleinen Beutel unter ihrem Arm, wenn sie ihn nicht brauchen. Oh, ist das niedlich, oder? Wer weiß, was der Stein überhaupt für eine Wirkung auf dieses Tier hat. Ob es beruhigend ist oder ob es einfach nur Sonnen... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es süß. Leute, die sagen, dass Tiere keine Seele haben, sind sowieso bekloppt, weil ich finde schon, dass das so ist. Und ja, mehr kann ich da jetzt auch nicht reininterpretieren, so aus dem Stehgreif. Aber es ist einfach ein niedlicher Fakt, würde ich sagen. Und ja, das war jetzt das erste 5 Faktenvideos relativ kurz gehalten. Aber was anderes habe ich persönlich auch gar nicht erwartet. Und wie gesagt, das, was im Titel steht mit Klugscheißer, ist halt echt so. Und jetzt könnt ihr auch vielleicht mal ein bisschen klugscheißen oder so. In Zukunft kommen bestimmt noch ein paar mehr. Neben dem ganzen Gaming-Gedöns dachte ich mir, ballere ich mal was anderes raus, weil ich da einfach Bock zu habe und sowieso gerne rede, wie jeder weiß, der diesen Kanal abonniert hat. Dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen, klugscheißt weiter rum und tschüss.